Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachts in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1711. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich möchte natürlich zunächst das Geheimnis lüften. Das neue Mikrofon ist ein kleines Gerät, welches man einfach unten in das iPhone reinsteckt. Ein Rode XI. Wahrscheinlich heißt das ganz anders, aber es wird so geschrieben. Und das Praktische daran ist, ich kann immer, wenn es mir gerade einfällt, einen Podcast machen. Den lädt es automatisch zur Dropbox hoch und dann kann ich das ganz leicht auf die Mac schneiden. Das heißt letztlich nur Intro und Outro dazu und dann hoch zum Podhost. Aber darum soll es heute gar nicht so besonders gehen, sondern macht ihr euch manchmal so Gedanken, was ein Winzer so den lieben langen Tag macht, außer natürlich, dass er die Weinberge rauf und runter kraxelt mit seinen Mitarbeitern und die Rebstöcke pflegt und irgendwann die Trauben erntet. Sehr viele von denen, von deutschen Winzern, die ernten zwar ihre Trauben, aber geben sie dann weg. Und jemand anders, der verarbeitet sie weiter und macht daraus dann eben Wein, typischerweise Supermarktweine, die dann zum Trinken im Regal stehen. Aber da verdient man natürlich nicht so viel und vor allen Dingen kann man gar nicht bestimmen, was aus den schönen Trauben wird, die man da so erntet, weil man keinen Einfluss auf das Endresultat, nämlich den Wein in der Flasche hat. Und deswegen ist es natürlich viel schöner, wenn ein Winzer einen Teil seiner Ernte oder vielleicht auch die gesamte Ernte selbst verarbeitet und dabei dann natürlich ganz bestimmte Sachen damit machen kann. Er kann sie zum Beispiel im Edelstahltank lagern oder erstmal zu Wein machen natürlich. Das kann er natürlich auch im Holzfass machen. Er kann dann den Weinsorten rein, in eine Flasche füllen oder auch mit einer anderen Sorte mischen. Dann kommt halt ein Cuvée raus. Und das alles tut ein junger Winzer, der bei Freunden von mir gestern Abend eingeladen war. Er kommt aus dem Pfalzland, stimmt gar nicht, aus der Pfalz, so sagt man es richtig. Aus Saulheim heißt Philipp Freitag und ist mit seinem 92er Jahrgang in recht junger Winzer. Könnt ihr ja mal im Kopf schnell überschlagen, wie alt der junge Mann ist. Und der war dann mit seiner Freundin da und hat die Produkte von seinem Weinberg, die Endprodukte präsentiert. Das waren sortenreine Weine und Proseccos und natürlich auch Cuvées. Und er hat sich da richtig Gedanken gemacht, denn obwohl er noch so jung ist, hat er schon einige Medaillen eingeheimst. Von Bronze bis Gold ging das. Und die Flaschen, die da also in einem großen Kühler lagen und dann so ausgeschenkt wurden, dazu gab es noch ein bisschen was zu essen, die konnte man danach auch zumindest bestellen. Ein paar konnte man auch käuflich erwerben und man konnte sich auch vor allem zu jedem Wein erklären lassen, was das Besondere daran ist oder was sich der Winzer dabei gedacht hat, als er genau diese Mischung gemacht hat. Und zur Einleitung des Abends gab es etwas, das kennen viele bestimmt noch nicht, ich zumindest kannte es noch nicht, gab es einen Longwein. Longwein, das ist letztlich ein Longdrink, der aus Wein besteht, den man also zur Begrüßung sehr gut trinken kann, wo ja ganz auf dieser ewige Aperol Spritz getrunken wird, ich kann es bald nicht mehr hören, das ist schon so langweilig, weil das seit Jahrzehnten nichts Neues ist. Ein Longwein war für mich zumindest was Neues, in dem Fall eine Mischung aus einem Cabernet Sauvignon und dazu ein bisschen Ginger Ale und Limetten drin. Ein frischer Sommerdrink, mal was anderes, was ihr vielleicht euren Gästen auch mal anbieten könnt und dann mal fragen, wie es denen so schmeckt. Wir fanden es richtig gut und dann ein paar Käsehäppchen, ein bisschen Quiche dazu und danach können die Weine ein klein bisschen schwerer werden. Mein absoluter Favorit war der Youngster White, so heißt dieses spezielle Produkt von diesem Winzer und es empfiehlt sich grundsätzlich, wenn ihr gerne Wein trinkt, vielleicht einfach mal einen Bogen, um den Supermarkt zu machen und lieber mal zu einer Weinprobe zu gehen und dann beim Winzer direkt zu kaufen. Nicht, dass ich was gegen den Lebensmitteleinzelhandel hätte, aber da gibt es halt nur Standardware, egal wie teuer sie angeboten wird, denn wenn man da gelistet werden möchte, da muss man ja mehrere 10.000 Liter pro Jahr herstellen, damit man überhaupt in die Supermärkte reinkommt, abgesehen von ein paar kleinen Edeka-Märkten vielleicht, die auch mal lokal was anbieten. Aber ansonsten beim Winzer zu kaufen, das hat Charme, die Qualität stimmt, man kann es ja zuvor testen und es kostet erstaunlich wenig. Die Flaschen gestern bei Philipp Freitag haben so zwischen 5,50 Euro und der teuersten 9,90 Euro gekostet. Und wenn wir mal überlegen, im Supermarkt, wo eine Flasche für 10 bis 20 Euro keine Seltenheit ist und dann hat man nur so ein Standardprodukt, dann lohnt es sich doch direkt beim Winzer, oder? Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung Is Was Dog? Mit Malte Asmus Überall, wo es Podcasts gibt. Das ist ein Himmeler.